Ich begrüße die Garde-Familie zur Garde-Sitzung 2012 mit einer dreifahnen Woche! Unser Jubiläumstanz war Jennifer Derberg und Elmar Bosold. Es hat sich wie ein Lauffeuer bereits rumgesprochen. Wir haben es mit einer Träne in Kloppenhof zur Kenntnis genommen. Das Tanzbar der Prinzengarde in der Stadt Aachen tanzt in dieser Session zum letzten Mal für die Prinzengarde. Und es heißt Abschied nehmen. Aber wir haben noch eine komplette Session vor uns. Die Prinzengarde wird den beiden einen gemührenden Abschied feiern lassen. Das Tanzbar wird auf ihrer Seite genau das Gleiche für die Garde tun. Sie werden sich ordentlich verabschieden. Unsere Jenny tanzt mittlerweile die 10. Session für die Prinzengarde. Vom ersten Tag an haben wir sie in unser Herz beschlossen. Und ich bin mir sicher, auch die Teddy wird der Garde nie in den Rücken kehren. Und Elmar. Elmar Bosold. Erfolgreicher Trainer und Ausbilder. Er sagt sich einmal eine Auszeichnung nach der anderen an. Jetzt beim Ballermariechen hat er wieder richtig abgeräumt. Und das Siegertanzpar kommt aus seinem Stall. Und ich bin mir sicher, auch Elmar wird nach wie vor Ansprechpartner für die Prinzengarde sein. Zumindest im Bereich Tanzerei. Elmar Bosold und Jennifer Gerber. So und jetzt solltet ihr erlöst werden. Gaben. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020